Seit einigen Jahren wird eine Reform der Fahrschuleausbildungsordnung diskutiert, unter anderem mit dem Projekt Offsaat 2, was manche vielleicht schon gehört haben. Jetzt gab es eine Infoveranstaltung im Bundesministerium für Digitales und Verkehr, in der die wichtigsten Informationen und die Pläne des Ministeriums veröffentlicht worden sind oder bekannt gegeben worden sind, sodass wir jetzt eine recht konkrete Vorstellung haben, wohin die Reise gehen soll. Und uns erwartet, wenn man so möchte, nicht mehr, nicht weniger als eine kleine Revolution. Wir werden zum Beispiel eine komplett neue Fahrschuleausbildungsordnung bekommen. Das heißt, es bleibt kein Stein auf dem anderen. Wir haben bisher einen Rahmenplan mit 14 Theorielektionen. Dieser wird ersetzt werden durch einen Kompetenzrahmenplan mit 28 Ausbildungseinheiten, aufgeteilt in unterschiedliche Lernbereiche. Wir erleben den Einsatz von Simulatoren. Das heißt, das Ministerium plant zumindest, die Simulatoren so stark zu verankern, dass es künftig möglich sein wird, zum Beispiel die Schallstunden und auch die Testfahrt im Rahmen der B197-Ausbildung über die Simulatoren abwickeln zu können, sofern mit EU-Recht vereinbar. Es ist auch angedacht, Online-Unterricht zumindest in Teilen zuzulassen. Es wird keinen reinen Online-Unterricht geben, aber es wird Möglichkeiten geben, in einzelnen Bereichen Online-Unterrichte anzubieten. Es entfällt mit der Beschränkung auf maximal zwei Theorie-Stunden am Tag eine wichtige Restriktion, die manche Ausbildungskonzepte behindert hat. Wir haben einen kompletten Umbau im Bereich der Lkw in Busklassen. Hier wird es weniger vorgeschriebene Stunden geben, zum Beispiel im Bereich der Busausbildung. Wir werden sehen, dass bei Erweiterungen von Führerscheinen die Grundstunden in das selbstständige Theorielernen überführt werden. Also hier kommt eine ganz schön große Welle auf uns zu. Die Veränderungen werden enorm sein. Jetzt warten wir gespannt auf den Referentenentwurf aus dem Bundesverkehrsministerium, der dann nochmal beraten werden kann. Und ich hoffe, dass alle Verbände, alle Beteiligten sich nochmal intensiv damit auseinandersetzen, um dann optimale Ergebnisse für unsere Fahrschulbranche zu erzielen. Denn das Ganze soll schneller kommen, als man denkt. Schon 2026 könnte es losgehen, vielleicht sogar im ersten Quartal 2026. Und bis dahin gilt es sich jetzt vorzubereiten. Und alle, die in der Fahrschulbranche aktiv sind, alle Fahrlehrer und Fahrlehrer, sollten sich jetzt schon langsam mit dem Thema vertraut machen. Denn wir haben jetzt relativ konkrete Vorstellungen. Das wird alles so oder so ähnlich kommen. Es wird keine riesigen Veränderungen mehr geben. Und insofern sind wir gespannt, bis dann endlich die Verordnung verabschiedet wird nächstes Jahr. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020